Willkommen zurück zu Black Ops 2, diesmal nicht alleine, sondern mit German Let's Play. Hallo. Hallo. Gar nicht irritierend, was vor so einer Aufnahme passiert. Also ich bin gerade überhaupt nicht irritiert. Ja, ich lass das auch alles nicht drin. Ja, achso, du hast es aufgenommen. Nein, das lösche ich. Oh, okay. Ja, klar hab ich es aufgenommen immer. So, mein zweites Game heute. Oh, ich wurde erkannt. Gerade haben wir mal eine Testrunde gemacht. Hä? Ich wurde erkannt, da hat einer gerne mal Let's Play gesagt. Ich meine, ich heiße es auch so, aber... Ui. Sollte der mich sonst... Hörst du das nicht, wenn da einer redet? Nein, ich hab's ausgemacht. Ich rede mal mit denen zwischen... Ach, fuck, dann hörst du das ja nicht. Ich nehm mal den Schützen. Was ist das für ne Waffe, Alter? Äh, du kannst schon deine eigene Klasse nehmen, oder nicht? Natürlich. Aber heute noch nicht. Doch, gleich vielleicht. Hättest du vorher mal einstellen müssen. Besser wär das. Wie erkenne ich jetzt die Gegner? Ich bleib mal hinter dir, dann kannst du erst erst sterben. Okay. Lieber Mario, ne? Jo. Und dreck mal zwei Kills. Ja toll, du Arsch. Hinten in der Bahn ist einer. Egal. Oh, hinter mir. Der hat mich direkt umgemäht, aber der ist total scheiße. Den ich hab, warte mal. Klasse. Erwischt. Erwischt. Klasse wechseln. Warte mal. Klasse wählen. Nehmen wir erstmal wieder den... Söldner. Boah. Ha. Getötet. Getötet. Das Level-Aner hat mich gerade ein bisschen an Battlefield. An welchen? Ey. Geh mich doch nicht auf den Sack mit deinem scheiß Farbschema ändern. Was ist denn los? Was hast du gemacht? Ja, äh, Aeo-Desktop oder so will er die ganze Zeit deaktivieren. Weil du immer Shift drückst. Nein. Ich glaube nicht. Das fragt er einfach so immer. Krass. Ist ja bei Windows so. Kann man irgendwie ausstehen? Ich weiß noch nicht wie. Boah, war das weit weg. Boah, ich hab bis dato so viele getötet. Noch keinmal gestorben. Ich bin der Pro. Ja, komm. Drohne gibt's noch. Das ist gut. Ich meine, ist klar, wenn man nicht aufnimmt, ist man auch besser. Ja, automatisch. Ja, geil, baller mich an, weißt du? Ja, passiert doch nix. Achso, ich meinte gerade diese, war das Metro? Ich meine schon. Die, ähm, Battlefield-Map? Ja, ich lebe, ja. Ne, ne. Ähm, was mache ich, wenn ich wenig Muni habe? Sternen? Ja, oder nachladen. Ja, danke. Boah. Hunter-Killer-Drohne? Ich mach mal ne Drohne. Hallo, wo bist du denn? Alter, ich sterb schon wieder die ganze Zeit. BTF, jetzt nimm ich wieder mein altes Schema ein, glaub ich. Was denn, nur noch sterben, nix töten? Das ist neu jetzt. Achso. Das Kassenhäuschen ist ganz geil, ne? Eigentlich nicht. Ich will hier durch. Ich will offensiver spielen. Ja, ich normal auch, aber irgendwie, hallo. Ja, genau. Okay, ich, ich muss mich erst mal daran gewöhnen, wie die Granaten fliegen. Haha, wie scheiß ich baller. Ganz komisch. Ach, geschafft. Tot. Boah. Wo, wo bist du denn? Ich bin hier voll am Rumlatschen. Ich hab ne Drohne. Ach, hallo. Ich seh dich. Ich bin hinter dir. Krass, für Drohne kriegst du Punkte, wenn einer eine abballert, ne? Oh. Zehn Punkte damit. Cool. Ja, geil. Alter. Ich war eher tot als du. Wie geht dat denn bitte? Hat der durch dich durchgeballert und meine Arterien getroffen, oder wat? Ja, der war hinter mir. Äh, vor mir und hat an mich vorbeigeschossen. Dat war jetzt schwer zu sagen. Fuck. Nein. Wat war dat denn für'n Geschütz? Okay, das, das wird nur interessant. Wat ist denn hier der höchste Level, den wir hier haben auf der Map gerade? Gute Frage. Warte. Mein Gott. Äh, 34. Oh, okay. 39. Also hat er seit gestern durchgezockt. Ach, glaub ich noch nicht mal. Ja, natürlich. Schön von hinten, Mann. Geil. Oh ja. Oh yeah. Ja, Nigga. Wat ballert denn hier so? Ja, genau. Ah, ich bin hinter dir. Hallo, guys. Hello. What's got? Oben links im Haus. Nein, ist einer. Ja. Ich glaub, er ist, nee, der Kollege ist tot. Der Kollege? Ja. Nein, fuck, der war scheiße, hab nachgeladen. Ja. Beides auf. Aua. Ja, seh schon, du bist, wow. Ich bin nicht tot, seh schon, du bist tot. Ja, geil. Wat ist dat denn für'n Arsch? Ey, dat hätt ich echt aufnehmen müssen, ne? Ich treffe aus Versehenen Kollegen mit ner Samtex. Wirklich aus Versehen. Wat macht der? Der rennt auf mich zu. Und zwar mit Absicht. Dat hat er auch noch richtig gesehen. Ja, geil. Und da bin ich gestorben. Da geht doch wat. Cool. Ja, ich glaub, ich muss noch ein bisschen üben. Ich sehe dich. Ich komme mal zu dir. Weißt du, was ich an dem Spiel hasse? Wat denn? Du rennst und willst Tab drücken, um die Sachen zu sehen. Deine Statistik. Ja. Und bei STI machst du automatisch das Menü auf. Wegen Shift und Tab. Äh, achso. Achso. So schlimm ist es aber auch nicht. Doch. Meist ständig. Dauernd. Dann lernst spielen. Ja, da will ich ja noch. Oh, wie der sich hier durchgebackt hat. Ja, das ist ja geil. So ist das Spiel schön realistisch. Oh, bin ich ätzend. Ich weiß. Komm, komm. Alter, von da drüber, da siehst du nur den Kopf. Okay, er will nicht. Mit F. Abschluss verwehrt. Gehört der zu mir? Nee, gibt wohl ein Messer. Oh. Wo denn? Keine Ahnung. Ich bin gerade anders gestorben. Oh. Oh, und hier hast du. Nein, nachladen. Ja. Nein, von hinten. Boah, ist das eine Failrunde wieder, ne? Ich hab das überlebt. Ich hab's überlebt. Ich bin hinter dir. Das war echt das achte Weltwunder. Wo ist das? Rechts in der Bahn. Hast du? Ich bin tot. Ach so. Da war ein Wagen. Da war so ein Selbstsprengding. Ah, ein Selbstsprengding. Ja, ein Wagen, der sich selber in der Luft gesprengt hat. Abschluss verwehrt. Abschluss verwehrt. Penis. Alter. Ja, natürlich. Schön da oben am rumcampen. In dem Gebäude, meinst du? Das wird nicht. Oder? Ja, geil. Lustig auch immer, wenn man denkt, das wäre gerade ein Kollege. Ja. Und dann steht sie raus, ups, das war ja ein Feind. Und dann, verdammt. Ja. Ja, eine Marke. Ah, ne Mist. Toll, jetzt sterbe ich nur noch. Weißt du, gerade voll gut. Voll gut. Gefreie dich. Oh. Gerade wenn man es ist. Warte, MP7 mit Laser hier. Ich muss da gucken, was hier mal rumliegt. Oh Gott. Oh Gott. Luftschlag. Von dir? Oh, oh. Boah. Der wollte nur mich, glaube ich. Nee, doch nicht. Krass. Das ist doch Müll. Du kommst rein, bist sofort tot. Sofort. Oh, nein. Eine Mine. Ich glaube, das war der letzte, ey. Krass. Was war das denn? Was war das denn? Jetzt sag mir nicht, ich war der letzte Kill. Nee, war ich nicht. Oder vielleicht auch. Nee. Nee, der Tyrannicus. Eine KD von... Wo steht denn die KD hier? 11 zu... Oh, Mist. Freischall-Token verdienen. Damit kann man ja die Sachen freischalten. Serien anpassen. Die Punkte-Serien. Ja. Jetzt freischalten. Hunter-Killer. Wie bist du nicht so bei Terminator gerade? Ja. Hunter-Killer. Wer kommt denn noch so bescheuerte Namen? Ja. Weil wir haben vorhin noch Terminator 4 geguckt. Und da gab es dann auch die Hunter-Killer. Ja. Dachte ich mir direkt so, ja, das wäre ein geiler YouTube-Name. Hunter-Killer-LP. Das klingt schon wieder so professionell. Freischalten und ausrüsten mache ich mal. Und die Serien mache ich jetzt mal. Drohne natürlich. Sekundärwaffe. Nein. Genau, nehmen wir die Aufsätze. Wie ich noch gar nichts habe. Okay, zweites Spiel war das gerade. Ach, schlecht. Freischalten und ausrüsten. Oh yeah. Das lasse ich dann. Klasse 1. Aber, hä, wie viele Punkte hatten wir denn gerade? Wie viele Kills hattest du überhaupt? Overflow. Weiß ich nicht. Das verdrängst du immer, wenn du scheiße warst, ne? Ja klar, nur wenn ich gewinne. So, jetzt mache ich aber eine 94-3-Runde. Bam. Ja, natürlich. 94 mal sterben. Drei Assists. Genau. 4-3-0. Hä? Granate. Oh, sogar schön um die Ecke. Bla 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 mula. Jalla jalla. Ich kenne den Level gar nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, da vorne erscheint gleich einer. Hier in dem Gang war jemand. Was sind die denn alle? Boah. Alter. Okay, einen habe ich. Ach, tut mir leid. Oh oh. Der meine. Hilfe. Bleib doch bei mir. Ich bin hinter dir. Da unten ist noch meine Marke, ey. Hier. Ja, egal. Ich wurde von hinten gemessert. Hinter dir. Hinter dir. Nein. Oh. Du auch? Ich habe dich absolut ignoriert. Oh. Hinter dir. Hinter dir. Ja, bestimmt. Nicht. Nice. Genau. Wird schon wieder niedergemetzelt. Ja. Aber ich habe deinen Mörder getötet. Oh. Ich habe Assist bekommen. Ah, sehr gut. Oh oh. Wow. Ja, geil. Nee, ey. War all explodiert. Was machen die denn? Ja, hör dir doch mal die Synchronstimmen an, Mann. Du weißt genau, dass die gerne wegspringen. Ja, stimmt. Alter. Da war ich ganz schön schnell tot. Nein, hinter mir. Oh, und dann hat er mich gemessert. Wo kann man hier messern? Ey, auf welcher Taste kann man messern? Ich frage mal eben die Leute hier. Genau. Schreibst du rein, oder was? Nein, ich habe geredet. Mit denen. Mit den Leuten, die er wieder hört, weißt du? Ich höre Stimmen. Ma. Kann mir mal einer sagen, womit ich messern kann? Ja, weiß ich, dass du Stimmen hörst. Das kenne ich doch nichts für. Das ist eine ernstzunehmende Krankheit, Peter. Den Voice-Chat zu hören. Die wollen nicht antworten. Aber die Map finde ich irgendwie scheiße. Vielleicht hören die die nicht. Oder die ignorieren mich. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ja, bei dir. Ach so. Aua. Volltreffer. Hahaha. Hui. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das denn? Oh, schade. EMP. Ha. Die kamen gerade alle die Treppe hoch. Zwei konnte ich erledigen. Oh, drei sogar. Krass. Fuck. Oh, schön viele Marken. Oh. Oh. So ist Gott. Da hände ich gerade einer. Bam. Tot. Abschuss bestätigt. Was ist das für eine Scheiß-Störung hier? Ah. EMP. Alter Falter. Natürlich. Natürlich. Von allen Seiten, ne? Ja, die sind auch nochmal durch mich durchpenetriert. Ich brauche mehr Freischall-Tocken. Geil, ich bin im Safe. Weißt, du bist in im Safe? Finde ich mich auch dauerhaft erschreckt, ne? Die ganze Zeit. Geil. Ein Gegner. Oh, da denke ich schon, wo ist der denn hin? Da liegt er wieder auf dem Boden. Wo ist er denn? Wo sei der denn? Wo sei der denn? Oh, das bist du. Kommt raus. Ich bin hinter dir. Da ist ein Gegner, der sich wieder hingelegt hat. Zwei. Bam. Ich gebe bloß die meine Marke auf, ey. Boah, leck mich am Arsch. Zwei Klone in der Bar. Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Drohne nähert sich. Ja, natürlich. Verbündete Drohne nähert sich. Was sind das denn immer für elektronische...